Moin! Ich muss mal was loswerden. Es geht um die Längen von Brettern und die Breiten. Primär aber um die Längen. Immer mehr Leute, und das freut mich an sich, entdecken für sich das sportliche Suppen, das ist super. Und dann kommen sie rein und wollen ein Brett 14 Fuß und unter 24 Inch Breite. 22 wird schon gefragt. Das ist, wow, Donnerball. Und dann fragt man so ein bisschen nach, wie immer. Es ist mir egal, ob einer reinkommt und macht hier den großen Racer oder sagt, ich bin totaler Anfänger, was für ein Brett brauche ich? Ich frage nach, weil mein Interesse ist schon, das richtige Brett zu verkaufen. Und das sind dann Leute oft mit ein Jahr, anderthalb Jahren Erfahrung und die wollen racen. Da frage ich, fährst du Rennen mit? Nein, aber ich möchte der Schnellste sein. Ja. Zum Thema Geschwindigkeit von Brettern habe ich schon mal ein Video gemacht und ich habe versucht, mal so ein paar Mythen da auseinander zu nehmen, beziehungsweise Mythen ist nichts wirklich davon. Das ist alles real, aber nicht ein Faktor von den Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Reibung, Form, Widerstand, Rumpfgeschwindigkeit, Steifigkeit ist der alleine ausschlaggebende, sondern es kommt auf die Mischung an. Besonders lustig meinen Augen wird es, wenn die Leute ein aufblasbares Brett haben wollen mit 14 Fuß. Weil die anderen Faktoren wie Steifigkeit und Reibung und Wasserabriss unter Wasserschiff nehmen diesen Brett praktisch wieder diesen Längenvorteil komplett weg. Und dann frage ich, warum? Und mein Verdacht, und bitte nicht böse nehmen, aber mein Verdacht dahinter ist, ein bisschen ist das schon hinter meiner ist der längste. Das hat jetzt nichts mehr mit Leistung zu tun, worum es hier im eigentlichen Sinne geht, sondern ein Brett heute im normalen Bereich, diese 0,03% Racer, die wir in Deutschland haben, die wirklich regelmäßig Rennen fahren, mal rausgenommen. Die nehme ich wirklich raus. Weil von denen gehe ich aus, sie haben einen vernünftigen Paddelschlag, sie kommen mit 22 Inch, 23 Inch Breite, super klar, und halten das Brett trotzdem optimal im Wasser. Aber der normale Mensch, also jemand, der sich die ersten Spuren verdient hat und sagt, ich steige jetzt auf ein Brett und dieser Gruppe da oben, irgendwo da oben, der braucht kein 14-Fuß-Brett. Außer er will zeigen, ich habe den längeren, das längere Bord. Entschuldigung. Ja, und der braucht auch nicht 22 Inch. Weil entscheidend in letzter Instanz, welche Geschwindigkeit ich halten kann und auch über längere Strecke halten kann, ist der Fahrer. Dass er mit dem Brett, auf dem er steht, dass er es in einer sauberen Wasserlage hält, dass er das Brett richtig trimmen kann. So, und bei welchen Brettern geht denn das? Ich habe Bretter von 8 Fuß, 11 glaube ich, bis 14 Fuß im Shop. Alle haben ihre Berechtigung, wenn der richtige Fahrer draufsteht. Das 8 Fuß, 11 Board ist definitiv New School Welle, Brandung. Der 14er All Star ist definitiv ein Brett für Open Water und Race. So, gehe ich ein bisschen mehr in die Breite, bekomme ich ein etwas komoderes Board, verzichte aber immer noch auf die Komfortabilität eines schönen Tourers, weil ich nicht mal ein Gepäcknetz mitnehmen kann. Warum zum Teufel fährt man ein All Star auf Flachwasser? Also Flachwasser, Wellenhöhen unter dem hier. Da gehört der gar nicht hin. Von der Skubrocker-Linie will der eine Dünungswelle, will der Wellen haben. Da ist er angeblich allroundig. Wobei ich auch das in Frage stelle, nachdem ich den Generation gefahren bin. Der ist sportlich allroundig. So, und welche Längen sind denn jetzt eigentlich ideal für diese Mischung zwischen, ich bin jetzt Aufsteiger, ich betrachte das für mich als Sport, das Happen und dem Racer. Meine Erfahrung, und da fühle ich mich auch am wohlsten, sind Bretter irgendwo zwischen 11,5 und 12 Fuß, wenn es um Touring geht. Die Länge abhängig wieder vom Körpergewicht und von der Körpergröße. Eine Frau kommt ganz gut mit einem 11,6er Touring klar, hat die Stabilität, hat die Wasserlinie, hat den Vortrieb. Jemand in meiner Gewichtsklasse, ich fahre unheimlich gern 12,6er Tourings oder eben Generation und Waterline. Den 14er Waterline muss ich mal gucken, wie weit man den überhaupt um die Ecke kriegt, sobald er hier ist. Werde ich euch aber berichten. Bleibt vernünftig. Das ist mein Credo. Weil 12,6, 12,11,6. Super Längen für Allround, Touring bis Touring. Man steht sicher stabil drauf. Man kann sich mal setzen, braucht keine Deckout-Systeme, weil das System die Standfläche runtergefahren muss. Ich an der Seite so eine hohe Bordwand habe, ich kann mich nicht mal mehr auf das Brett setzen. Gescheit. Weder von der Breite, noch kann ich die Beine überhängen lassen. Das ist nichts für jedermann. Es ist was für Leute, die racen wollen. Ja. Und die sich mit dem Nimbus dieses Bretts auseinandersetzen wollen. Aber der Spaß auf dem Wasser, der bleibt da definitiv auf der Stelle. Jede Sportart entwickelt sowas. Beim Skifahren war das mal der Völkelrenntiger. 2,10 Meter bei 1,80 Körpergröße wurde das Ding gefahren, bretthart. Ich glaube, die Gipser im Alpenland, die wissen immer noch, wie viele Beine sie dort zusammengegipst haben, wegen dieses blöden Skis. Der war supergut. Franz Klammer konnte damit fantastisch umgehen. Aber der normale Mensch, der hatte nicht viel Spaß damit. Ich habe das Ding mal unter den Füßen gehabt. Das war nicht schön. Heute alles wieder normal. Wir haben talierte Skis, Cruising, nicht mehr so bretthart. Funktioniert. Weniger Verletzungen, mehr Spaß auf der Piste, wenn denn mal Schnee ist. Beim Windsurfen, Bretter runter bis 40, 50 Liter. Da kann man, selbst beim Wasser starten, hat man da riesige Probleme. Auch das habe ich mal mitgemacht. Spaß war das nicht. Ich habe mich dann zurückentwickelt, wieder zu Brettern, irgendwo zwischen 85 und 105 Litern. Da hatte ich meinen Spaß drauf. Die kamen ins Rutschen. Und ich stand nicht bis zur Hüfte im Wasser, wenn der Wind mal plötzlich weg war oder musste reinschwimmen. Und das gleiche gilt hier. Die Vernunft ist die Mitte. 12,6 hat eine ausreichende Wasserlinie, um die Geschwindigkeit, was die Formgeschwindigkeit angeht, die Rumpfgeschwindigkeit angeht, um die Geschwindigkeit, die ein normaler Mensch paddelt, nicht auszubremsen. Da muss man nicht drüber gehen. Mit 12,6 habe ich ausreichend Wasserlinien, um ein super kursstabiles Brett zu haben. Sowohl der Waterline als auch der Generation haben das bewiesen. Die Vernunft. Wenn ihr aufsteigen wollt, wenn ihr in die nächste Stufe rein wollt beim SUP, wenn ihr sagt, es ist für mich ein Sport, bleibt dort vernünftig. Kickt nicht sofort weg in die Extremen. Und 14 Fuß ist extrem. Ich fahr gerne in 14 Fuß, aber mit einer 27er Breite. Das ist ein echt geiles, sportliches Touring breit. Racemäßig bin ich damit vielleicht unterlegen, aber in meinen sportlichen Touren bin ich gleich auf mit den Jungs, die mit dem 23-Inch-Breiten All-Star auflaufen. Da tue ich mir überhaupt nichts. Am Anfang, im Sprint mögen die noch ein bisschen schneller sein, aber in durchschnittlicher Geschwindigkeit, in dem Pace, den wir fahren bei einer 15-20-Kilometer-Tour, bin ich genauso schnell, aber ich bin entspannt dabei. Ich muss nicht dauernd gucken, habe ich das Ding noch gerade. Natürlich soll er kippstabil sein, aber er hat eine Secondary Stability. Das heißt, er wabbelt oben rum und dann hakt er ein, weil dann genügend Volumen im Wasser ist. Wenn ich ein Brett habe, das von vornherein vernünftig ausgelegt ist, stehe ich entspannt und kann mit einer 12-6er Wasserlinie wunderbare Touren fahren. Und wenn ich etwas größer und schwerer bin, dann, also nicht mich nehmen, sondern wirklich mal so 110 Kilo, dann hat ein 14er seine Berechtigung, aber immer noch nicht als 23, 22-Inch-Breites-Raceboard. Es gibt Tourer, die das haben, wie zum Beispiel der Free Race von Norden, wie zum Beispiel der Oceanos. Es gibt auch 14-Fuß-Tourer von Starboard. Alles gut. Aber den totalen Overkill sich zu leisten, ich bleibe bei Aufblasbar und gehe auf 14 Fuß, hey, da fällt mir nichts mehr zu ein. Deswegen muss ich mich da mal aufregen. Leute, 12-6, 12, 11-6, Touring, optimal. 10 bis 11-2, allround, optimal. Sportlicher Allrounder, wieder Generation, 12-6, ein Brett mit einem riesen Einsatzbereich. Braucht es da den 14er? Ja, für schwere Leute, auch als Touring, auch als Waterline. Mit 110 Kilo brauche ich den 14er Waterline, dann stehe ich mit den Füßen definitiv im Wasser. Aber da geht es ums Volumen und nicht mehr um die Rumpfgeschwindigkeit, wenn ich ein Brett wie diese Art designe. Wenn es darum geht, den Formwiderstand zu reduzieren, geht Starboard diesen Weg mit dem extrem spitzen Bug und das funktioniert. Das Brett ist gegen eure Kollegen mit dem Raceboard absolut konkurrenzfähig. Auf der Rennstrecke, wenn ich mit 20 anderen auf die Reise gehe, die einen super Paddelschlag haben, die die Technik optimal beherrschen, natürlich nicht. Aber ich gehe doch nicht auf die, also ich auch nicht. Ich gehe nicht auf die Rennstrecke. Bleibt vernünftig. Wer sportlich fahren will, eine Breite zwischen 26 und 30 Inch und eine Länge, je nach Körpergewicht, ja auch bis 14 bei den schweren Guys und Mädels, aber im Regelfall 12, 11, 6, 12, 12, 6. Optimale Längen. Super zu handeln, einfach zu transportieren, einfach zu lagern und preiswert. So, weil dieses Spiel meiner ist der längste, das brauchen wir nicht. Haben wir alles schon gehabt? Tut nicht Not, es geht um den Spaß auf dem Wasser und den wünsche ich euch. Viel Spaß auf dem Wasser.